recht herzlich willkommen zur 101 folge von grand age medieval unser händler ist gerade angekommen wir schauen hier rein was wir hier machen können er lohnt nicht haben wir nicht mit lohnt nicht lohnt sich was da kann man richtig alles raushauen warte mal 418 loch ist hoch geht auch alles 300 ist hoch das geht aber runter machen das so der honig ist auch etwas toll das lohnt auch nicht so kohle ist nicht lohnenswert und die steine gehen welche machen wir auch bis auf 40 runter gehen einige mehr haben wir drei jetzt war nur daran verdient aber naja wieder platz auf dem wagen heißt es ja auch das ist hier mit das obwohl das nicht wirklich lohnen und was haben sie sonst noch im angebot hier das ist günstig die nehmen wir mit und der wein geht auch da kriegen wir sogar den wagen für voll wunderbar dann gehen wir erst nach da gucken was da los ist gut rechts click und los geht's hier lohnt sich der punkt und da lohnt sich nicht hier können wir gleich noch zukaufen das geht können wir loswerden das ist der gleiche preis lohnt sich nicht wirklich oder kohle geht auch nicht aber der wein geht hier passt und die steine lohnt nicht wirklich gut was kaufen wir zu dann ja die 57 voll dass der wagen wieder geladen ist gut dann darunter müsste gucken dass man eine straße von bernadabort können wir das zeigt den weg ach so dann muss ich das mal erste stadt auswählen zweite stadt auswählen dann geht's da lang macht sinn oder machen wir auch gut und dann können wir die auch gleich updaten das geht auch gut unser händler ist wo ach so genau packen wir es an der schon da geht hier auf jeden fall der rest weg lohnt wahrscheinlich dann nicht hier geht was alles sogar okay hier geht auch auch alles da wollen sie nicht alles haben aber doch recht viel das ist auch nicht verkehrt hier dass die heizen können und der wein geht auch weg steine gehen auch gut passt und kaufen können wir hier vor allem getreide wagen voll wenn er wolle wäre gegangen und tuch eigentlich auch kommen dann schmeißt das wieder runter zack wo erstmal was wir hier kriegen so dass er jetzt nicht gemacht oder was ach so schmeißt alles runter passt die bolle 40 so und der rest wäre jetzt hier mitnehmen so dann ziehen wir wieder von dann und zwar ich glaube dahin frosch im hals so da läuft es da kommt ein händler wahrscheinlich vorbei naja wir sind bei 716 25 jetzt nicht so prickelnd könnte besser sein aber nicht schon mal eine million gehabt oder vertue ich mich ich werde mich wahrscheinlich so so 131 113 lohnt schon mal nicht hier geht was passt hier geht auch was aber nicht so viel 131 wohl da geht auch da geht alles da müsste auch was gehen ja zack das würde sich ein bisschen rentieren ruft sich naja der weinen für 200 das leben lohnt sich haben was oder was nehmen wir mit punk ist teuer brot ist günstig allerdings immer nicht ganz viel für den preis nur drei stück hier geht auch aber auch nicht viel ok 120 das salz ist glaube günstig aber auch wieder nicht viel 7 ohne ist teuer teuer das ist auch schon teuer dann bleibt das erst so ja lohnt sich nicht mehr ne gehen wir mal hier runter schauen was da geht das war nicht unser händler oder ne unser kommt noch so da ist er und rot können wir verkaufen schnapps geht auch weg na das lohnt nicht das lohnt auch nicht da lohnt es 80 davon weg ja können wir lohnt aber auch nicht wirklich können wir zukaufen können wir zukaufen können wir verkaufen 250 ist ein deal ne das war es nicht das da drüber ist es zähne hier ist super günstig warum den wagen voll mit ne gut haben wir dann dort hin die brauchen sowieso rohstoffe zum bauen glaube auch so das geht nicht wirklich da geht was alles sogar da geht auch was neuner ist günstiger sogar hier geht was 5 da geht auch ein bisschen nämlich 36 hier ist der wein sogar günstiger wie wir ihn schon mal gekauft haben doch die tonware mit 132 ist top und das hier mit 165 ist auch noch krass ach hier ist noch was zum verkaufen oder das lohnt nicht ok passt das passt ne oder ne die fälle gehen gleich runter ne ok nicht ganz da können wir ein paar noch verkaufen 3 da noch 3 läuft januar rüber ja und dann haben wir 87.000 dann sollten wir darüber nachdenken ein paar soldaten zu machen ne neun stück wo nicht können wir die neuen kaufen schon mal das würde funktionieren aber machen wir nicht das würde auch funktionieren 300 ist ein guter preis 240 ist auch nicht schlecht machen wir 200 raus 97 da geht auch was das lohnt nicht hier geht wieder was gut und ich kann mir noch mehr dann kaufen ok wagen voll war ja ok dann war das das auch jetzt wieder hoch oder wie ist das so wir können hier mal vorbeischauen die waren auch so obwohl das relativ schwach da waren da kann man nichts mitnehmen oder wie war das gucken wir mal rein aber dem schon wieder hunger da dann mögen die aber für das geld kriegst du keinen honig das geht das geht hier ist nahrung ja es ist ja sicher schon und ja ieni bist du wie die lösen 12 und laufen tun sie auch passt mitnehmen geht nix haben sie nix im endeffekt aber schon mal darüber gesprochen so dann gehen wir wieder hoch müssen wir hier hin und dann schauen wir da weiter chernowitz noch mal wieder anpacken können wir da oben die straße noch mal verbessern ja geht noch mal machen wir auch und den harten hier packt ihr das mal an stopp das war verkehrt dass den händler dann die stadt so hier haben wir was würde aber nicht so viel bringen einen habe ich jetzt verkauft oder gekauft weiß ich gar nicht egal da geht was 14 das geht das auch alles sogar da machen bis 60 und da geht einiges mehr 16 so was nehmen wir mit der progegen Brot geht auch und wir geht auch was das ist so teuer das lohnt alle nicht das war es dann gut haben wir das dann würde ich schon wieder sagen geht die reise hier rüber nach da erst dann gehen wir erst hier hoch und dann darüber gut okay aber da machen wir dann in der nächsten folge weiter ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss